Ein formaler Fehlschluss ist ein Argumentationsmuster mit einer fehlerhaften logischen Struktur. Alle Argumente mit einer solchen Struktur sind ungültig. Was der Unterschied zwischen formalen und informalen Fehlschlüssen ist und wie die häufigsten formalen Fehlschlüsse funktionieren, erfährst du in diesem Video. Die formale Logik untersucht die Gültigkeit von Argumenten. Ein Argument ist gültig, wenn die Konklusion logisch aus den Prämissen folgt. Wenn die Prämissen zudem wahr sind, ist das Argument schlüssig. Die formale Logik interessiert sich nur für die Gültigkeit von Argumenten. Deshalb abstrahiert sie völlig vom Inhalt der Aussagen und ersetzt alle inhaltlichen Bestandteile durch Variablen. Ein gültiges Argument hat eine korrekte logische Struktur. Die Konklusion folgt logisch aus den Prämissen. Wenn die Prämissen wahr sind, muss auch die Schlussfolgerung wahr sein. Ein ungültiges Argument hingegen hat eine fehlerhafte logische Struktur. Die Konklusion folgt hier nicht logisch aus den Prämissen. Ein ungültiges Argument kann wahre Prämissen haben und dennoch ist die Schlussfolgerung falsch. Und auch Argumente mit wahren Prämissen und einer wahren Schlussfolgerung können ungültig sein. Gültigkeit und Wahrheit sind nämlich in der formalen Logik getrennt. Ein ungültiges Argument bezeichnet man auch als formalen Fehlschluss. Ein formaler Fehlschluss ist ein Argumentationsmuster mit einer fehlerhaften logischen Struktur. Formale Fehlschlüsse werden auch deduktive Fehlschlüsse, logische Fehlschlüsse oder non sequitur genannt. Bei informalen Fehlschlüssen hingegen sind eine oder mehrere Prämissen falsch. Ein informaler Fehlschluss kann eine gültige logische Form haben. Ein solches Argument ist dann gültig, aber nicht schlüssig. Informale oder argumentative Fehlschlüsse sind nicht Gegenstand der Logik, obwohl sie häufig umgangssprachlich als logische Fehlschlüsse bezeichnet werden. Wie wir wissen, hängt die Gültigkeit bzw. Ungültigkeit von Argumenten in der formalen Logik nur von der logischen Struktur des Arguments ab, nicht von der Wahrheit der Prämissen. Ein Argument kann daher ungültig sein, obwohl alle Prämissen und sogar die Konklusion faktisch wahr sind. Bei einem formalen Fehlschluss läuft die Deduktion schief und die Konklusion folgt nicht logisch aus den Prämissen. Es lassen sich verschiedene formale Fehlschlüsse unterscheiden. Argumente mit dieser Struktur sind immer ungültig. Der Fehlschluss Affirming the Consequent hat folgende Form. Wenn A, dann B. B, also A. Jedes Argument mit einer solchen logischen Form ist ungültig. Zum Beispiel. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Die Straße ist nass, also regnet es. Es kann andere Ursachen für die nasse Straße geben als Regen. Beispielsweise könnte die Freiwillige Feuerwehr eine Löschübung gemacht haben. Doch selbst wenn es regnet, also auch bei wahren Prämissen und wahrer Konklusion, ist ein solches Argument ungültig. Die Konklusion folgt nämlich nicht logisch aus den Prämissen. Das wird besonders deutlich, wenn wir für A und B andere Elementarsätze einsetzen. Wenn Karin hochschwanger ist, hat sie einen dicken Bauch. Karin hat einen dicken Bauch, also ist Karin hochschwanger. Ein dicker Bauch kann andere Ursachen haben als eine Schwangerschaft. Der Fehlschluss Denying the Antecedent hat eine ähnliche Form. Wenn A, dann B, nicht A, also nicht B. Zum Beispiel. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Es regnet nicht, also ist die Straße nicht nass. Wie wir schon beim vorherigen Argument gesehen haben, kann die Straße auch ohne Regen nass werden. Und auch bei Karins dicken Bauch wird deutlich, dass ein Argument mit einer solchen Struktur ungültig ist, die Konklusion also nicht logisch aus den Prämissen folgt. Wenn Karin hochschwanger ist, hat sie einen dicken Bauch. Karin ist nicht hochschwanger, also hat Karin keinen dicken Bauch. Ein weiterer logischer Fehlschluss heißt Converting a conditional oder illicit commutativity. Er hat folgende Form. Wenn A, dann B, also wenn B, dann A. Zum Beispiel. Wenn es regnet, ist die Straße nass, also wenn die Straße nass ist, regnet es. Oder Wenn Karin hochschwanger ist, hat sie einen dicken Bauch. Also wenn Karin einen dicken Bauch hat, ist sie hochschwanger. Selbst wenn wahr ist, dass Aussage B aus Aussage A folgt, muss nicht wahr sein, dass umgekehrt Aussage A aus Aussage B folgt. Der Fehlschluss affirming a disjunct hat folgende Form. A oder B. A, also nicht B. Zum Beispiel. Es regnet oder die Straße ist trocken. Es regnet, also ist die Straße nicht trocken. Die Konklusion folgt hier nicht logisch aus den Prämissen, dass sowohl A als auch B wahr sein könnten. Dieser Fehlschluss entsteht dadurch, dass oder in der Aussagenlogik als und oder nicht als entweder oder definiert ist. Auf unser Beispiel übertragen. Die Straße kann trotz Regen trocken sein, beispielsweise, wenn sie sich in einem Tunnel befindet. An einem anderen Beispiel wird dieser Fehlschluss noch deutlicher. Bello ist ein Hund oder ein Säugetier. Bello ist ein Hund, also ist Bello kein Säugetier. Doch Vorsicht! Wird oder als exklusives oder im Sinne von entweder oder verwendet, handelt es sich um ein gültiges Argument, genauer um einen disjunktiven Syllogismus oder Syllogismus der Kontravalenz. Entweder A oder B. A, also nicht B. Zum Beispiel. Entweder ist Karin hochschwanger oder sie hat einen flachen Bauch. Karin ist hochschwanger, also hat Karin keinen flachen Bauch. Der Fehlschluss denying a conjunct hat folgende Form. Nicht gleichzeitig A und B, nicht B, also A. Es ist nicht der Fall, dass A und B beide wahr sind. B ist nicht wahr, daher ist A wahr. Die Konklusion folgt nicht logisch aus den Prämissen, denn es könnte ja sein, dass A und B beide falsch sind. Zum Beispiel. Peter kann nicht gleichzeitig in Paris und in Rom sein. Peter ist nicht in Rom, also ist Peter in Paris. Oder Formale Fehlschlüsse eignen sich sehr gut dazu, falsche Argumente zu verstecken. Die Prämissen solcher Argumente können nämlich wahr und damit unmittelbar einleuchtend und überzeugend sein. Dennoch folgt die Konklusion nicht logisch aus den Prämissen. Mit dem Quizlet Lernset Formale Fehlschlüsse kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald! Auslös